Die Stimme der Vernunft ist längst der Stund, wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören hier nicht her. Es war ein Wohne, der es nicht mehr so ist, ich bin im Boden, einer von 100,5, und einer kommt wie beim Boden, ich seh ab, ich seh ab, ich seh ab, ich treff mich am Boden, alles plass und gau, ich bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut, ich seh die Welt vom Ohr. Bin ich, äh, letztes Jahr am Frühlingsfest gefahren hier, im Take-off. Hab ich noch gesagt, ne? Bist du überhaupt schon mal Take-off gefahren? Ne? Ich bin bisher nur den Booster von Arendt in Wolfsburg gefahren, stehen hier in Hannover und jetzt halt hier. Ja, ist ganz lustig. Sieht von außen halt ein bisschen komisch aus. Na ja, dumm es sei, der Pfennig ist nicht soo... ...bisig. 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 Du weh! Mein Rücken! Mein Bruder ist gefresst! Ich kann den Kopf nicht nach vorne machen! Vor allem die Sitze sind mega unbefleht! Ah! Du wolltest hier rein, nicht ich! Passt denn hin davon! Oh! Genau! So ist es gut! Also von oben! Genau! Jetzt gibt's andere! Oder was macht der jetzt? Oh, er kennt sich! Alle schütteln! Da will wer raus! Oh! Da müssen alle raus! Gondelkreuz! Äh, Gondelkreuz! Genau! Guten Morgen! Wir sind noch beim Breakdance! Wir sind noch beim Breakdance! Gondelkreuz! 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 Sprecher 0! Gondelkreuz! 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 Jaaaah! Gondelkreuz! Aua! 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 Nico, eine schlechte Tagesschäftsmile von dir. Wäre ich doch über Ockelpussi gefahren. Oder Breakdance. Na gut. Du hattest einen Wunsch frei. Aua! Aua! Ich bin schon wieder. Man ist zu Ende. Nein. Aua! 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 Ich kann jetzt dieses Video sehen. Geht niemals in den Take-off! Aua! 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 Bei mir auf. Aua! 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 Ich dachte mir ist besser Ende. Nein! Ich will nicht mehr. Hey. Oh ja, der fährt ja noch in eine andere Richtung. Schöne Scheiße. Aber was mache ich jetzt? Achso. Also, wäre mir lieber, als wenn er wieder loswährt, was er jetzt tut. Bleiben am besten stehen. Aber nicht so... Ja, danke, Nico. Ja, danke. Ja, danke. Zum Glück. Ja, danke. Ja, danke.